Jo Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Tipps und Tricks Serie. Ein kleines Gadget, was vielleicht manche interessiert. Und zwar, wenn ihr euch in einen Rucksack auf einen Baum aufhängen wollt, ich habe da so ein 1,20 Stück mit zwei Schlafen drauf und unseren Dübel drinnen, den kennt ihr schon von meinen Videos, verlinke ich gerne da oben, von den Seilspanner. Und ja, wenn man sich unbedingt den Rucksack nicht am Boden stehen will, jetzt wird es vielleicht wurscht sein, aber jetzt geht es her, fahrt ihr einmal um ihn um, jetzt nehmt ihr wieder euren Dübel, zieht ihn durch, zieht ihn fest, da haben wir auf der anderen Zeit nachschlafen, jetzt nehmt ihr euch einen Rucksack, fahrt ihr da durch, fahrt ihn da ein und das Ganze hängt schon. Wie gesagt, das kommt darauf an, wie dick der Baum ist, das könnt ihr euch die zwei Meter auch machen, wurscht, oder macht es euch mehrere, die Dübeln kosten ja einen Spott und der steht nicht am Boden unten. Und aufmachen ist natürlich genauso einfach, das hängt es ihm aus und verdreht das Holz wieder, das rutscht raus und jetzt habt ihr es fertig. Wie gesagt, mir reicht es, falls ihr ihn wirklich irgendwo hinhängt, ich sag da 1,20 Meter, links und rechts ein Schlauferl drin, in der Mitte, den Dübeln, der kann euch eh nicht rausfallen und somit müsst ihr den Rucksack nicht immer am Boden stellen. Gut, ich hoffe, das hat euch ein bisschen was geholfen und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao und Servus.